Wenn du es ihr nicht sagst, dann werde ich es Luna erzählen. Wie? Was willst du mir erzählen? Wer hat mich belogen? Hey Luna. Du hast mich belogen. Können wir bitte reden? Ich will nicht mit dir reden, du hast mich belogen. Ich bitte nicht, Luna. Es tut mir leid. Bitte entschuldige, ich... Ich schwör's dir, das war nicht meine Absicht. Ich war bei Amber, weil ich wollte, dass sie dir die Wahrheit sagt und das Problem ein für alle Mal aus der Welt schafft. Aber so war es nicht, Simon. Nein, du... Nein, denn als ich dich gefragt habe, was sie mir sagen wollte, hat sie geantwortet, dass sie will, dass ich das Solo singe und du hast nichts gesagt. Mir tut es wirklich leid. Amber hat gesagt, dass sie nach dem Open mit dir reden würde. Ehrlich, bitte glaub mir doch, Luna. Simon, ich weiß echt nicht, was mit dir los ist. Warum? Warum kann sich Amber alles erlauben? Warum? Weil du immer noch auf sie stehst? Na super, damit wäre alles beantwortet. Weißt du was? Du hast ein echtes Problem. Du denkst, Amber würde sich ändern, stimmt nicht? Derjenige, der sich ändert, bist du. Du bist der, der sich verändert. Ich weiß nicht, ob du merkst, was da gerade mit dir geschieht. Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Sag nicht, dass ich mich geändert habe, denn so ist es nicht, okay? Ach nein, ach nein. Nein. Das stimmt also nicht. Nein, so ist es nicht. Nein. So ist es wirklich nicht, Luna. Der Simon von früher hätte mich nicht hintergangen. Okay, entschuldige, ich sag doch, es tut mir leid. Entschuldigung. Gut, was läuft zwischen dir und Amber? Sag's mir, wenn ich deine beste Freundin bleiben soll. Los, sag's mir. Wir haben uns geküsst. Halt, warte. Geht sie nicht mit Benicio? Ja, ja, ja. Es war ein Fehler, weil sie mit Benicio zusammen ist. Und abgesehen davon will ich gar nicht mit ihr anfangen, weil sie erst ihr Verhalten ändern müsste. Aber du hattest was mit ihr. Und du hältst immer noch zu ihr? Luna, denkst du etwa, dass... Luna, im Ernst? Denkst du, dass ich mit der Sache mit Felipe Menevilla einverstanden war? Denkst du, ich hab gesagt, nein, lass es uns geheim halten, damit Luna es nicht erfährt? Sag schon, denkst du das wirklich? Nein. Denkst du das? Eigentlich nicht, aber... Aber ich bin nicht sicher, Simon. Weil... Ich weiß nicht, du stehst jetzt hier und bist einfach ganz anders. Wirklich, so kenn ich dich gar nicht. Hör zu. Du warst mein bester Freund, Simon. Warst? Ja. Denn wenn du so weitermachst, dann... wird unsere Freundschaft daran kaputt gehen. Ich weiß nicht, 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 ich Senior Ray, was tun Sie hier? Luna? Luna? Hey, 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 was hast du? Sag schon, was ist los? Nichts, gar nichts ist los. Was ist hier nichts? Es, keine Ahnung, es ist alles so kompliziert. Gut, du brauchst es mir nicht zu erzählen, okay? Aber ich werde immer für dich da sein. Ich hasse es, dich so zu sehen. Ich danke dir. Also, ähm, das ist zwar nicht der richtige Moment, aber ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Geht das? Ja, sag's mir.